Ich bin im Geschäftskundeninnendienst und damit die erste Anlaufstelle für unsere Geschäftskunden. Und so diese komplette Betreuung bin ich dann. Und unterstütze den Außendienst, der dann rausfährt zu unseren Geschäftskunden. Ja, der eine kann Tisch bauen, der eine kann Wurst machen. Ich entstöre halt Router und Technik und ja, das geht. Wenn man das gelernt hat, dann funktioniert das. Netcolon wünscht Frohe Weihnachten!